Die Deutsche Einheit ist für mich eigentlich Bestandteil meines Lebens. Ich bin im November 1989 auf die Welt gekommen und ich kann mir gar nicht vorstellen, nicht in einem vereinten Deutschland zu leben, groß zu werden, mich zu engagieren, Teil dessen zu sein. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich die vielen Einschränkungen, die damit verbunden waren, nicht selber erleben musste und jetzt davon profitieren kann, dass wir ein vereintes Deutschland sind. Ich wünsche mir ein Deutschland, in dem wir zusammen Großes schaffen können, also wo wir kreativ sein können, wo wir menschenwürdig und frei und glücklich zusammenleben können, wo jede und jeder eine Chance darauf hat, seine oder ihre Potenziale auszuschöpfen, wo wir Freude daran haben, gemeinsam Projekte zu verwirklichen und wo wir im besten Sinne vereint unterwegs sind. Spätestens 33 Jahre nach der Wiedervereinigung sollte das, finde ich, unser größtes Ziel sein und ich freue mich sehr, daran mitwirken zu können. Musik 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 Musik